Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Pentagon. Offenbar 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland. Laut einem aktuellen Bericht des Pentagon scheinen etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert worden zu sein. Diese Informationen stammen aus Geheimdienstquellen, die darauf hinweisen, dass die Truppenbewegungen im Zusammenhang mit den laufenden militärischen Übungen in der Region stehen. Experten vermuten, dass diese Verlegung strategische Gründe haben könnte, die sowohl militärische als auch politische Dimensionen betreffen. Die Quelle des Pentagon berichtet, dass die Soldaten offenbar in verschiedenen militärischen Einrichtungen in Russland untergebracht werden, um dort möglicherweise an gemeinsamen Trainingsprogrammen teilzunehmen. Diese Kooperation könnte als Teil eines größeren Plans gesehen werden, die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland zu intensivieren. Beobachter hegen Bedenken, dass dies die geopolitische Lage in der Region weiter destabilisieren könnte. Geostrategische Analysten merken an, dass sowohl Nordkorea als auch Russland davon profitieren könnten, ihre militärischen Fähigkeiten durch diese Kooperation zu stärken. Es gibt Überlegungen, dass solche Schritte eine Antwort auf die zunehmenden Spannungen durch die NATO und die USA darstellen könnten. Unter den gegebenen Umständen könnte dies als eine Art von militärischer Allianz interpretiert werden, die potenzielle Bedrohungen für die westlichen Länder mit sich bringen könnte. Der Bericht des Pentagon ist nicht das erste Signal für eine engere militärische Verbindung zwischen diesen beiden Nationen. Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte über den Austausch von militärischem Know-how und die Lieferung von Rüstungsgegenständen zwischen Nordkorea und Russland. Die gegenwärtige Situation könnte eine Verstärkung dieser Praktiken darstellen und könnte als Teil eines umfassenderen Ansatzes zur Stärkung ihrer jeweiligen Positionen in der internationalen Arena angesehen werden. Kritiker warnen jedoch vor den potenziellen Risiken, die sich aus dieser militärischen Zusammenarbeit ergeben könnten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verlegung von 10.000 nordkoreanischen Soldaten nach Russland ein schwerwiegender Faktor im geopolitischen Kontext sein könnte. Die internationale Gemeinschaft wird die Entwicklungen in dieser Angelegenheit mit Sorge verfolgen, da sie weitreichende Auswirkungen auf die regionale Stabilität haben könnten. Autor Anita Farke, Dienstag, 29. Oktober, 3L20. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.